Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber es gab dann 1997 oder damals als Terminator 2, es kam kein 3D. Nein, ganz einfach, es ist eine 3D-Konvertierung. Also dieser Film wurde nicht mit 3D-Kameras gedreht. Also wie das genau abgelaufen ist, das zeige ich euch jetzt. Wenn mal hier der Mr. Tablet-Mama wieder das machen würde, was er eigentlich sollte. Aber da ist es hier und dann lese ich das euch mal vor. Genau, das ist das. Genau, das ist die ganze Grau. Ja, James Cameron. Also ich fange jetzt mal kurz an, nochmal zur Info, damit ihr es mal hört. Rund ein Vierteljahrhundert nach dem Kino-Short von Terminator 2, Tag der Abbrechung, kam Arnold Schwarzenegger als T-800 in dreidimensionaler Form auf der Leinwand zurück. Seine beinsichere Ticket haben wir ja gemacht. James Cameron's Band-Recher Science-Fiction-Meisterwerk mit Arnold Schwarzenegger. In seiner ikonischen Rolle wurde von Cameron persönlich in ein unglaublich immersives 3D-Erlebnis konvertiert. Nachdem Terminator 2 die Kino-Leinwände 1991 mit wegweisenden Special Effects erobert hat, hebt die 3 Vision den epischen Blockblaster auf ein neues Effekt-Level und macht ihn bereit für das 21. Jahrhundert und eine neue Generation von Fans. Unter Aufwuchs von Cameron und seiner Produktionsfirma Lightstorm Entertainment wurde Terminator 2, Tag der Abbrechung von Studio, Kennel und DMG Entertainment aufwendig restauriert und in 3D konvertiert. Deluxe LA stellt einen Fier-Scan des originalen Negativs her, der von Technik Carlo Hollywood digital bearbeitet wurde. Die 3D-Konvertierung fand bei Stereo D statt. Das ist der ganze Teatro. James Cameron hat das selber gemacht. Also es ist keine Fremdfirma, die diese 3D-Konvertierung gemacht hat. Und man hat es gesehen. Man hat es gesehen. Klar, jetzt kommen wir in die Frage, echtes 3D-Konvertierung. Sieht man. Sieht man. Hat man auch in dem Film gesehen. Das siehst du. Du siehst, dass es halt konvertiert wird, aber trotzdem detailsmäßig. Und du hast den tiefen Effekt nicht so extrem, wie bei echten 3D. Aber das war schon gut gemacht. Das war schon gut gemacht. Ich kenne auch nicht selber. Ich habe auch selber nicht. Was ich ein bisschen setze, mich selber ein bisschen durch. Ich habe Terminator, die ersten zwei, nicht selber auf Blu-ray oder als Datenträger. Ich halte Video-Download. Das ist sowieso nicht so meins. Also so Video-Nement oder keine Ahnung. Ich kaufe mir die lieber. Ich bin da lieber oldschool. Ich habe eine Menge. Nimm bloß ein bisschen viel Platz weg. Und ich kenne auch nicht die Direktorscats. Es gibt angeblich eine Terminator 2 Direktorscats-Version. Und ich glaube, das war doch die, die sie dann... Weil es gibt das Szenen. Die kannte ich gar nicht. Oder schon wieder zu lange. Ja, das kann natürlich auch die Zeit. Auf jeden Fall zur Info oder zur Kritik allgemein. Mein Fazit war fantastisch. Es war fantastisch. Ja, ich selber habe ja diesen Terminator nie im Kino gesehen. Das war dann auch doch ein bisschen vor meiner Zeit. Und ich muss sagen, super toll die Macht. Also qualitativ richtig gut. Das 3D auch richtig geil. An einigen Stellen, wie gesagt, hat man es gesehen, dass es konvertiert wurde. Aber sonst war ich auch richtig... Details... Schönes, klares Bild. Der Sound richtig genial. Haben denke ich mal auch überarbeitet. Und es war richtig geil. Also ich kann es nur sagen, top. Top, ehrlich, Cameron. Ich danke dir, dass du die nochmal ins Kino gebracht hast in 3D. Ich hoffe, dass neue Generationen von Fans sind genauso cool. Klar, die Effekte können wir den heutzutage CGI-Standard nicht mithalten. Aber sonst ist es cool. Terminator 2 ist einfach cool. Die Terminator 1. Und danach ging es halt nicht mehr bergab. Da muss ich gestehen, habe ich dritten und vierten Teil. Den fünften Teil nicht. Genesis habe ich noch nie gesehen. Vor allem meine Fazit... Nein. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Oder kurz gesagt, die Rechte von Terminator selber, vom Franchise, sind ja... Ne, wir wollen ihm nicht. Aber so in anderthalb Jahren zurückwählen, er will eine neue Trilogie machen. Aber wann will er es machen? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich das alles so vorstellt. Naja. Weil mit Pandora kommt ja auch noch Avatar. Da kommen ja auch noch ein paar Teile. Ne, aber sonst, wie gesagt. Und es war auch volles Kino. Also da waren auch fast alle Plätze. Ich denke mal so, Pi mal Daumen, 10, 12. In dem Dreh oder in der ersten Reihe. Sagen wir mal, sagen wir mal 20. Ich bin schlecht im Schätzen. Auf jeden Fall war das Kino massig voll. Also hat, wollten ja viele sehen. Also kann ich, kann ich verstehen. Und wie gesagt, hat sich gelohnt. Also es ist sickmäßig. An den Stellen haben sie es auch irgendwie überarbeitet, dass es so wirklich aussieht. Wie Arnold Schotzenegger habe ich mal was gelesen. Ja, und nicht so wie ein Stunt-Double. Mal gucken, jetzt muss ich noch was trinken. Ja, ja, aber trinken ist wichtig. Geht nichts über Wölbeck-Tee. Ja, ist ein bisschen Werbung. Ja, ne, auf jeden Fall. Top. Also ich kann es nur empfehlen, wenn er noch mal auf Blu-ray rauskommt. In 3D. Wer Bock hat, kaufe ich ihn euch. Ja, weil noch mal ins Kino kommt er nicht. Es war jetzt halt nur das eine Mal. Es war halt diese eine Sonne. Dann wollte ich ihn mir nicht entgehen lassen. Hat er auch gefasst. Und bin auch super zufrieden. Also hat sich echt, echt gelohnt. Und Terminator 2 ist halt Kult. Und war schon halt geil. Nochmal Tom Arnold in seiner Paraderolle zu sehen. Ja. Ist so. Auf jeden Fall. Das ist es. Das ist es. Ja. Das ist halt. Ich hoffe mal, mehr viel kann ich sonst da nicht zu sagen. Also wie gesagt, das war nur mein Statement. Und wir sehen ja selber, wie die Zeit läuft. Und ja. Noch. Ja. Sonst ist filmmäßig die nächste Zeit. Bei Mio. Morgen noch was dran. Also jetzt ist es ja noch Mittwoch. Morgen ist nochmal. Und das geht auch gleich. Ich werde da nicht zu viel sagen. Ich sage nur, ihr seid da Technotypen. Und ihr steht auch drauf, wenn sich was wiederholt. Schaut ihn ein. Nach diesem Video gibt es noch den Trailer von dem Film, wo ich morgen reingehe. Aber was ganz anderes. Ja. Muss nicht immer Marvel sein. Es gibt auch noch eine andere Seite. Und jeder, die mich kennt, weiß selber. Leto Boy, warum. Ja. Genau darum. Ich hoffe, es genieht euch. Ja. Das ist das. Da seht ihr den gleich, den Trailer. Das gucke ich mir an. Das lasse ich mir nicht hingehen. Und sonst. Kinomäßig die nächste Zeit. Das wird bei mir wahrscheinlich. Blade Runner ist klar. Das ist das, was auch sehr wichtig ist. Kingsman. Golden Circle. Zweiter Teil von Kingsman. Das werde ich mir dieses Jahr noch geben. Und natürlich Thor. Tag der Entscheidung. Ja. Für immer noch schrottig den Titel. Aber Recknerrück. Naja. Ist halt richtig gesehen. Ja. Und Justin Gleak. Naja. Der Justin Gleak. Da bin ich auch echt gespannt, was das wird. Ja. Sonst warten wir jetzt eigentlich alle auf Marvel. Infinity War Trailer. Deadpool. Deadpool läuft ja alles mehr. Für X-Men. Dark Phoenix. Es wird bodenständiger, was ich hier lesen habe. Also nicht so extrem kosmisch. Bin ich ein bisschen schade. Ja. Fantastik vor. Wollen wir nicht drüber reden. Dr. Doom Titelfilm soll kommen. Dann habe ich was hier lesen. Die wollen jetzt irgendwie einen Film über die Kinder von... Von Frank... Von Reed Richards und Susan Storm drehen. Über halt... Nein. Ja. Nicht Frankl. Reed Richards. Frankl heißt ja sein Sohn. Und Valeria ist seine Schwester. Ja. Mal gucken. Aber das kann ich mir nicht. Nein. Nicht drüber nachdenken. Matze. Nicht drüber nachdenken. Nein. Bloß nicht drüber. Naja. Gut. Ja. Das war so mal kurz vorab. Das war meine Filmkritik zu Terminator 2 3D. Judgment Day. Ich habe ihn überlebt. Ich hoffe ihr auch. Ihr lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Ihr hört was von mir. Bis zum nächsten Mal. Und ich kann nur eins sagen. Was jetzt absolut perfekt passt. Was ich mir eben überlegt habe. Was sind die Schlusswörter? Nein. Normal. Wie immer. Gibt es nicht diesmal. Weil es darf ja auch nicht langweiliger werden. Ich kann nur sagen. Bevor ich hier auf Stop drücke. Und kann nur sagen. Ich ändere mal die Finger. Und sage nur eins. Hasta la vista. Baby. Charlie. Charlie. Ihr guter haltet Charlie. Charlie wie Tollo. Was sind das denn für Typen, die dich Charlie nennen? Ihr seid doch so Technotypen. Ihr steht da doch drauf, wenn sich alles wiederholt. Und du darfst überhaupt nichts mehr nehmen. Nur Kaffee und Zigaretten. Muss hart sein. Aber irgendwie auch geil. Was ist das für ein schrottiges Gedudel, Ramon? Das ist Rosas neuer Track. Den spielst du mir gerade vor. Das ist super. Und ob das super ist. Das sieht toll aus. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein großes Ding wird. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir jetzt was miteinander anfangen. Ja, also nein. Ich bin jedenfalls nicht klug. Und ich bin im Augenblick mehr so auf klug gepolt. Also mal hören. Ab jetzt ist Magical Mystery Time. Mein Gott. Diese Mucke hier. Die Heide-Dioskos aus.